Herzlich Willkommen zurück zu Let's Play GTA San Andreas. Hallo. Moinsen. Nee, dich kann ich nicht töten. Du bist zu geil. Nee, Spaß, Freunde. Wir werden jetzt nochmal zur OG Look fahren. Da vorne ist ja schon so ein Apartment. Ach, Apartment sind Bürger. Komm, Polizei will mir den Golf hier holen. Ihr seht mich nicht? Ihr seht mich nicht. Sie haben mich nicht gesehen. Ha, du Wixer. Ha. Nee, Spaß, Freunde. Letzte Mission für OG Look. Ah, die schon raus. Die schon, die gesprungen. Hey, fuck you, man. Wer wollte ich nicht hören? Bedeutet ihr neue Klamotten, geht zum Friseur und dann schaut zwischen 20 und 6 Uhr bei der Ausplale in OG Look's Haus vorbei. Neue Friseur. Okay, komm, wir haben ein bisschen Geld. Werden wir uns jetzt auch mal neu frisieren lassen. Schnell rennen hier. Gut. Oh, das ist diesmal nicht morgen Freeman. Das ist Birdman. Birdman von Miami Heat, Freunde. Yeah. Komm, nehmen wir das einfach auch für uns. 500 Dollar kostet. Für eine Scheiß-Frisur. Ah, die sieht besser aus als die andere. See you later, alligator. So, zwischen 20 und 6 Uhr. Scheiße, ich brauch schnell neue Klamotten. Ah, das Auto ist ja schnell, das ist gut. Ey, ich muss hier vorne gleich ein Laden sein. Genau da vorne ist er. Boah, ich hab nicht mehr viel Zeit, Alter. Wenn die, muss ich einfach vorspulen und speichern. Aber wir schaffen es noch. So schnell rennen hier. Komm. Prolapse. Der macht mich auch schon mehr so an. Diesmal keine Frau. So. Ähm, Oberkörper finde. Die Rockstar-Jacke, die ist so geil. Yeah, baby. Yes. Lass mal die grüne Hose einfach auch an. Sie ist gut. 200 Dollar ist ein guter Preis. Da kostet ja so eine Scheiß-Frisur mehr, ey. So, reicht. Ich will nur mehr Geld ausgeben. Jack ist aber geil. Das muss man sagen. So, jetzt schnell zur OG-Log, beziehungsweise zu uns, zu Grove Street, da geht halt die Party ab. Und der Golf ist aber richtig schnell hier. Ich weiß nicht, auch noch mal. Heißt ja wirklich Golf? Keine Ahnung. Zum Crash-Burm wollen wir nicht, ey. Wir könnten da auch mal locker hin, ey. Wir können jetzt dann müssen wir auch von denen machen, aber warum? Warum? Ich will jetzt lieber ein bisschen Party machen. Und von denen Bullen mich voll zu labern zu lassen. Nee, nee, nee. Zwei Stunden haben wir noch. Ich muss kein Fehler gemacht, wenn wir jetzt hier rüberfahren. Gut, diese Büch öfters mal gefällt. Ohren Benji. Wow, 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 wow. Okay. Komm, wir riskieren uns hier runter. Na, hat's aber noch geklappt. Mann, wie gut bin ich denn heute, ey. Vielleicht hört ihr gerade ein paar Geräusche draußen. Ich hab hier gerade bei mir Fenster offen. Und da fällt gerade die Feuerwehr mitten an der Hauptstraße lang, ey. Mann, 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 ey. Ja, das ist so, wie wir es machen. Das ist so, wie wir es tun können. Yeah. Aussteigen. Und wir haben es zwischen 20 und 6 Uhr. Ich glaube, das reicht. Waffen hätten wir ein bisschen was. Okay, wir versuchen es. Houseparty. Ich hole Smoke und ein paar... Okay, ach du sch... Oh, wo ist die AK? Wo ist die AK? So, der ist auch down. Ach, da oben auch noch welche. Warte, warte, warte. Wie die da runterfliegen. Ist das geil. Stirb. Behind us, CJ, behind us. Stirb doch. Boah. Aber sind auch noch welche. Ey, Rinder. Hat noch mal Probleme. So. Wer will was? Hä? Große Street Forever. So läuft's hier, ja? Shit, man, was low got off the mic? 40 got started. Yes, baby. Yes. So, geschafft, Freunde. Ich bin mal kaum noch Money. Ich werde mir auch um die Tech-9 holen. Die finde ich ein bisschen besser. Schuss ist da noch... ein bisschen dabei, glaube ich... Was ist denn... Was heißt die nächste Mission? Vorhin Crash-Bohlen. Nicht Crash-Bohlen. Okay, das ist die Mission. Gut, da brauche ich ein bisschen Waffen. Da bräuchte ich auf jeden Fall Waffen. Oh, da bräuchte ich auf jeden Fall Waffen. Da bräuchten wir uns auch schnell die Schutzweste. Schutzweste Leuten holen. Und dann werden wir uns... Ah, ich glaube, wir holen uns die AK. Wie viel Schuss haben wir? Ach, gar keine mehr. Fuck. So. Was haben wir jetzt noch? Okay, wenn wir diese SMG holen, auf jeden Fall. Die finde ich ein bisschen geiler. Fahren wir schnell zum Bahnhof dahin. Okay, machen wir. Und dann holen wir uns da die Waffe. Machen wir. Genauso machen wir. Wenn wir den Van haben. Ne, holen wir das. Dein Auto sieht auch nicht mehr so hübsch aus. Ja, du grauchst während des Autofahrens. Du bist da echt eh nach oben. Oh, und mich verfolgt? So, Bahnhof ist erlich um die Ecke. Ne, machen wir jetzt die Mission, okay. Ach, genau, die, die danach ein bisschen schwerer. Oh, mal, gucken, schaffen wir auch so. Wir haben volle Energie. So, kurz mal rin hier. Ah, ein Bulle ist auch noch hier. Wie geht's denn so? Ja, genau, 183 Schuss. Nein, machen wir jetzt, sind 30 drin. So. Let's go. So, machen wir es so. So, haben wir die nächste Party rocken. Bei den Crash-Bullen. Wo sind die, auch beim Donutland waren die da genau. Aber wenn wir schon mal hier sind, dann werden wir uns gleich noch... ...die, ein bisschen mehr Schuss hier für die Waffe holen. Genau, so läuft's. Wir kommen mal irgendwo das Moped da hinten. Das finde ich ein bisschen geiler. So, wir müssen mal schnell dahin. Boah, war knapp am... Äh... Äh... Boah, war das knapp. Okay, da sind's auch schon. Man, das ist ein weiter Weg, ey. Ja, Los Santos ist groß. Na, du willst, du sollst nicht sterben. So. Burning Desire. Terminiert einige Molotow-Cocktails in einen Durchgang. Okay, gut, ist einfach. Ich bin nicht der Polizeiautonomie mit dem Moped, ey. Vom Moped können wir noch schießen, ja. Das ist gerade noch... Was verlieren wir eigentlich dadurch? Ich glaube, gar nichts. Mal gucken. Gut. Das war die Mission. Ah, okay. Bei den Leuten da, wo das Haus abfackeln sollen. Und dann löschen sollen. Geile Logik, oder? So. Netz zum Ganghaus. Okay. Die ziehen wir abfremd. Ey, komm! Ey, der hat mein Motor angefahren. Du kleiner Penner. Komm, bitte kein Auto, bitte kein Auto. Oh, gut. Bitte nicht nach rechts. Ah, nach links. Oh, wunderbar. Kein Auto, kein Auto. Oh, yes. Mann. Ich glaube, ich will erst mal ein paar Leute mit einem Sniper erledigen. Aber noch ein bisschen Schuss hier. Oh, das ist Haus, da. Du bist tot. Du bist tot. Alter! Ey, muss ich auch mal, dass kein Zug gekommen. Stirb. Zum Maul. Kommt an die ran. So. Und wir machen es auf meine Art hier mit... Da kommt ein Zug! Boah, war das knapp. Komm, hör auf die Fresse! Kommt noch welche? Nee. So, wo sind die? Alter. Alter. Ja. Wunderbar. Der hat gesessen. Der auch. Oh, nee. Der nicht so. Der dafür. Machen wir doch mit Waffen hier rum. So, wir haben ein Problem mit mir. Wunderbar, nee. Was willst du denn, ey? Tu mit deiner billigen Waffe da, ja? So. Und das letzte Fenster noch. Okay. Okay, keine Schuss mehr für einen Schuss. Wow. Oh, oh. Oh, Mädchen schnell retten. Okay. Jetzt sind wir nicht Feuer geschützt, ey. Oh, oh. Also, man muss... Mussten wir nicht irgendwas holen oder so? Aus der Küche, genau. Okay, jetzt können wir nämlich hier durchgehen. Alter, ich sehe ja nichts. So, ich verliere auch kein Leben, wenn wir durchs Feuer gehen. Aber wir müssen erst mal jetzt hier hoch... Oh Gott, ich sehe gar nichts. Ich sehe denn auch kein Feuer. Da brennt es aber ein bisschen. Stell dir zurück! Stell dir zurück! Stell dir zurück! Ist es weg? Sehr schön. Hallo! Ach, Denise ist... Ach, du Scheiße. Das geht da ja ab, ey, da. Da können wir nicht lang. Komm mit. Komm her. So, hätten wir... Das geht doch mal aus. Okay. Okay, hätten wir... Komm, Denise. Nur wie immer du heißt. Da ist er. Wunderschön. Wunderbar. Und wir müssen hier löschen. Komm. Wenn ich keine Angst hat. Ähm... Das will nicht gelöscht werden, okay. Komm an! Komm her! Hier bin ich. Hier bin ich. Komm. Okay, komm. Okay, komm. Ach, gut. Ich war näher im Bett da, für jeden Fall. So, da haben wir so. Wunderschön, haben wir so gerettet. Mission auch geschafft. I-Cloud wird für die nächste Mission noch reichen. Aber wir haben es perfekt gemacht, ey. So, ey, da... Welch die Mission heute so angehen, äh... Früher so angegangen werde, ey, das wäre perfekt gewesen, ey. Mit Sniper schön da rumgehen und abmützeln. Und was noch mit der SMG? Ey, so läuft das doch. Entschuldigung. So. Denise Robinson. Ja, ich mag das. Okay, ich will dich später, C-Jay. Ja, wiedersehen. Ich will keiner wissen. Ein bisschen erfüllt. So, ich will mir ganz kurz nochmal die SMG nochmal und dann werden wir auch die letzten müssen für die Crash-Bulling machen. Wir werden noch ein paar in Badlands machen müssen, das ist das zweite Gebiet. Aber jetzt erstmal die letzte noch, diesen bisschen heftiger. Aber wir werden drüber stehen. Und ich werde mir nochmal nicht Sniper holen. Ja. Ich werde es mir nochmal holen, weil die brauchen wir auf jeden Fall jetzt gleich. AK brauchen wir jetzt erstmal nicht. Für die Missionen erreicht hat die SMG, weil die ganzen Leute haben eine SMG-Waffe, glaube ich. Und eine normale Waffe, dann können wir die auch einsammeln und wir kriegen einen Anruf. Was ist das, Sweet? Okay, Sweet können wir auch wieder machen. Gut. So, hat 14 Schuss, glaube ich, wird reichen. Süßes Pärchen. Ach, okay. Waren sie vor fünf Sekunden ein Pärchen und danach wieder weg, okay? Geil. So, Sniper noch holen. Wo waren die nochmal bei der Nähe von dem Golfplatz, okay? Mein Gott. Scheißverkehr hier. Ich glaube, er ist nicht da auch noch in dem... Ach ja. In der Polizei war es halt der Dildo drin. Geil. Oh, ich fände mir das Spiel. Ja, so macht das richtig Bock. Ich glaube, keiner geht so wie ich die Mission an, ey. Weil mit Sniper so vorangeht, also ja, um sich schon mal das alles zu merken. Also, ich kann mir so vom Spielen gar nicht in der Menge merken. Also, wenn es um was anderes geht wie Schule, dann merke ich es nicht. Ist jetzt sowas, was für immer im Kopf halt bleibt. So, hier müssen wir hin. Hier sind nur die Filmstudios. Hollywood. Ach, komm. So. Ey, jetzt fahr da rein. Ich brauche gleich ein Moped gleich, jetzt ist es besser. Verschluss hatten die 10 Scheiße, ey, ist ja ja nischt. Ich glaube, wir haben uns mal das Auto hier. Mal gucken, ob wir dann ein Motorrad bekommen. Ähm, der Clover, der Rennweger, können wir nicht angst. Schon wieder alles kaputt machen. Und das ist ein bisschen schneller hier, aber ja. Ihr könnt es halt. Denn ein, einer, äh, einen komischen Bremsweg. So, Grey Imports. Moped, Moped, Benchy. Benchy, alter. Moped. Und dann hat's Polizei, ne, Polizeiweg, genau. Und ich weiß schon, wie der Langfahrer, und zwar leicht durchs Kanalsystem, weil das ein geiler Weg dahin. Einfach nur Polizeimotoräder rum, ich bin richtig, ein richtiges Motorrad haben. Und PC hat 6,001, oder die Energie. Oh, also perfekt auf diese Rampe, ey. So läuft es, so läuft es hier. So, einmal eng. Einfach nur geradeausfahrt, würde ich sagen, weil hier kann man so schnell fahren. Hier war noch bei der Einmissung von Bixen. Wir müssen mal rechts, ja. Wir müssen mal rechts lang. Und so weiter. Genau. Und ich glaube, bei der Mission könnten wir fehlen. Muss aber nicht sein. So, wir halten schon mal alles bereit, ja. Aber jetzt sind noch keine Leute, ja. Noch kein einziger. Oh, kommen die auf einmal her. So, Sniper auf jeden Fall. Ganz klar. Noch jemand ein Problem mit mir. Nee. Okay. So, wie ich es dir alle abbemetzelt habe. Es ist ja ganz einfach, einfach auf diese Fässer schießen. Die Tür ist geschlossen, ja. So, ein bisschen ein Dings noch holen. Wartet mal. Okay. Ganz ruhig, so. Du, das bin ich. So, wer will, wird auf die Fresse. Ja, du denkst, C.J. ein B***, hm? So. Ich kann ja letztlich mit... Du, kleiner Wichser. Ist auch ein Herz, das ist gut. Gut, gut, gut. Ohne Schutz, was haben wir noch, Alter? Die wirst ja beschenkt, ey. Ey, ich hatte das jetzt. Wir wollen, dass du rauskriegst? Kommt. Jetzt laden nicht nach. Boah. Ist da noch einer? Nee. Warte mal, das werden wir kurz aufs Zerschießen. Okay. Ey, die haben hier Money, 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 ey. Und die haben wir in der AK. Und die nehmen wir gleich, wenn wir jetzt hier hochgehen, weil jetzt kommt gleich sein Kumpel. Was hast du gesagt, Alter? So, jetzt pass auf. Im Büro. Ich weiß, dass der... Ich weiß... Boah! Oh, er steht da. Und der hat so eine fette Schutzweste, der Junge. Okay, jetzt geht's gut. Das ist so einfach, die Mission zu beenden, ja. Weil ich jeden einfach anbiete. Ach, komm. Perfekt. So läuft's. So läuft's, Leute. Ganz einfach. Boah, der Geld, Alter. Wie viel Geld hat denn gehabt? Oh. Oh, die Tür ist sogar verschlossen. Ach, ist ja nicht wahr. Ach, Freunde. Hey, wir haben schon... Oh, 23 Minuten. Oh. Okay, wenn wir ganz kurz noch mal die Dings hier haben, wenn wir sofort weitermachen. Ei, 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 ei. Jetzt kommt mir doch so ein Typ an, will mir erschlagen, ey. Ne, 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 mit mir nicht. So, hier wird dann ein Fluchtauto gewesen. Da werden noch ein paar Leute von ihm gewesen. Ne, ne, ne. Ne, ne, ne. Hier müsste irgendein... Ja, was denn hier? Irgend zum Gas. Warten wir mal. Wie geil. Hm. So, was haben wir hier? Hier muss da was sein. Ne Schulzweste, okay. Das ist mal Bescheid. Ähm, aber irgendein Waggon ist noch sowas drin. Wie... Wie... Das da, okay. Da brauche ich kurz mal ein Fahrrad oder sowas. Na, komm, oh, nee, Motorrad nicht. So, ich würde sagen, ähm, das war's für den Part. Dann sehen wir uns im nächsten wieder, wenn wir weitermachen mit Missionen von Sweet. Also, bis dann und ciao, ciao.